Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren Part zu Dunn Defenders 2 mit dabei sind der gute ich ja der gute ich ist der L.O.M.Pick Hunter und er und er dessen Name nicht genannt werden darf darkmonster was nein ich bin ja doch ja ich bin darkmonster er hat auf uns geschossen aber der ist irgendwo der ist da oben es freut uns dass ihr wieder eingeschaltet habt es gibt eine kleine veränderung denn der gute Darkie hat ein paar informationen über dieses spiel herausgefunden beziehungsweise mal erhalten eigentlich ist er Cheater genau und der gute Dark erklärt es auch mal was jetzt unser nächstes Vorhaben sein wird ja aufgrund der Tatsache dass die Gegner recht schnell und stark mit dem Level steigen auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hatten wir uns überlegt dass wir mit unseren Charakteren auch schneller steigen wollen indem wir auf dem schweren Schwierigkeitsgrad spielen aber noch mal vom ersten Level aus angefangen das heißt es im Großen und Ganzen wir werden jetzt so oft recken dass man eher denkt alter was seid ihr für Noobs wir werden nicht recken wir werden richtig holen mit zettel holzen so ja stimmt da war ja was party 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 die Leute einladen muss trotzdem noch eine Party einladen so die Taverne ist viel cooler geworden ja jetzt zum ersten Teil ich würde mal gerne dieses Chaos probieren das irgendwie ja sie ist gerade auch erklärt ich kann passt das total nicht gespielt doch doch meine schultern haben sehen und auch anders aus ich habe jetzt spitzen präne da hängen jetzt den tag und anstatt ketten ok hat das mit einer party wenn er noch nicht so eine partner party sind bei der party sind wir allerdings werdet ihr jetzt hinterher in die session reingesetzt let's go ford session loading für meine geister acht mann für später auf dreckenfall es ist allerdings auch kristallkavern ist brauchen und den jungen so werden die richtigen wir verteidigen gleich hier vorne wissen sich hier gibt es nur keine bonus objectives und ja ich bin mir sicher ja bei den former players jaja chat mal alles ich kann nicht chillen im großen und ganzen baue ich hier quasi meine barrikaden auf okay ich denke mal ich oder man bauen wieder mit tisch hier hinstellen ich hätte dort eigentlich meinen ok ich kann das ist noch keine barrikaden seine doch seine seine sind barrikaden mir fehlt halt jetzt so ein maler zum bauen so kann ich nur ein weg bisher blockieren ich ja eigentlich was besser wenn sie am gefangen wir das ganze mal über lassen lassen aber mit einem ist nehm endельзя jötig dich informieren aber ich lass meine sealed Straße nutzen stehen textipos an oder employer soll ich ja recht oder solche doch 2 machen mach 1 1 silo mine tender kannst du der nächsten rolle wir abreißen genau das sieht aus darf ich vorstellen riesenforsilien bestiegele tulo das kille tulo skelettonski geletten hast du doch genug gilt für zwei luft da unten hast du noch geld über 50 reichen mir ich hab noch gar nichts aufgebaut außer dem baum na gut er halt aber immerhin jetzt hier meine waffen aufbauen aber okay ich kann es gerne abbauen willst aber das geld haben ich bin ich würde hier halt noch so ein teil platzieren so ein feuerstab theoretisch brauchen wir nicht doch ich bin mal so frei bedenke es ist schwer nicht leicht also wäre nicht normal ja ich weiß beziehungsweise ist hardy sterne es funkelt so ich weiß nicht schon auf geht damit sie losgeht die die ich mich hier mal weil ich doch noch krank erst mal mich nicht die ganze zeit husten können muss die regenwürmer husten kommen sie dann kommen sie dann lassen sie mal die party steigen meine freunde das war natürlich sehr schlau immer schön das ist ja voller weg die schnitzel da kann wieder als rot nicht mehr eröffnet er kommt das nächste weile höll keine Bomben werfen hier wieder Bomben böser nix gut Bomben sind aber gut voll die Menschen wenn ich bin die Gegner Bomben werfen ist voll blöd und dann macht bumm aus meinem haus auch immer fertig oder was natürlich ich bin hier oben in meiner base ich weiß ja nicht warum ihr jetzt die ganze zeit so ganz nahe nach freund rumlaufen aber können doch gar nicht wieso nicht wenn ich nicht nur rumstehen will dann hole ich mein richtiges tower defense game und langweil mich dann währenddessen könnt ihr irgendwas ach so nee ich habe nur 50 weiter bekommt das recht bei mir nicht aus nee wir müssen glaube ich wir müssen das mit die items alle einsammeln oder nee wir können die kisten drauf machen ich hab mir schon eine geholt ich kann ja keine kiste öffnen ja dann hast du auch schon eine aufgemacht ich habe mir eine geholt hast du vielleicht ein bisschen Mana für mich dann kann ich meine Waffenfabrik bauen ich habe nur 17 Mana übel ich habe nur 57 ja beides sollte vielleicht reichen dass ich eine welche wüssten du es von all den das blaue Insekt Roboter dann bleibt nochmal stehen wenn du meine Mana haben willst so perfekt ihr macht das schon freilich waffen so das dahin das dahin und das dahin wenn die gegner in diese felder laufen dann sterben sie da dran und dadurch wird hier dann eine Waffe für mich aufgebaut hey ich kann meine Sterne nicht abgeben was ist denn scheiß ich kann nicht auf bereit drücken was denn da los bist schon bereit achso ok so dann müssen wir eigentlich hoffen dass wir hier in diese Felder rein laufen dann kriege ich nämlich eine Waffe dafür wird keine ankommen ja wenn ihr keine lässt dann ist das klar brauchen das halt nicht ok komm ich halt mal ein bisschen zurück hier ist doch sowieso nichts mach doch hier jetzt fängt er an schau ja kriegen wir schaden von lösen sich stück für stück auf und hier wird eine Waffe für mich gebastelt gut als erstes ist es der atomic launcher 65 sein fertig ist bladdy du solltest du könnte da gehen weil sonst sind ja bei fällt dort bei dir hinten nicht naja ist ja nicht mehr los hier hinten wo es ja doch da kommt gerade noch mal eine welle atomic launcher schaut ihn euch an bada boom rein je metzel hier so jetzt wird der mega der flasor grad aufgeladen so das war's auf meiner seite ich bin auch fertig ah da kommen ja noch mal welche die laden meinen mega der flasor gleich noch mal auf mega der flasor mega der flasor darf erstmal nicht schießen sonst ist der mega der flasor verbraucht wave complete mission complete gt jetzt kann ich nicht äh kiste öffnen aber da war nichts drin wow doch das hast du direkt auf mit eingesammelt neunmal nimmt sich direkt auf ich merke schon wir haben gerade nichts bauen also hier eine kristalle die liegen hier hier hinter dir oh gg der boss kommt jetzt kristalle ich habe keine ahnung was ich bauen soll ich habe ich so wenig kristalle was da los aber jetzt schwer spielen defense limit reached auch mit lagerungsmodus victory victory noch bei weitem zieling gute frage die frage wahrscheinlich mein boss wenn überhaupt und bei mir nix im mittelgang liegt auch ich bin nix im moment ist das beruf machen und luch ist ja kristin magic gold war das jetzt noch mal mit ihr war das ja mit ihr konnte so guckst du das direkt an oder ja ich weiß ich ja was machst du denn ich habe hier ein schwer naja kann ich mal angreifen was was dann kann ich mal angreifen ja klar kannst du nicht mehr angreifen ja sonst geht das doch normalerweise geht das schon das stimmt kindern und wenn du los ist ja kannst du attackieren freilich sie ist es nicht ja was denn jetzt kannst du so wird aber dann bist doch am attackieren müssen wir eigentlich das geht aber das andere ging nicht ich will weitermachen ja dann machen wir mal weiter map ends in 36 sekunden und ohne so lang weil ich noch nicht gegendrückt habe genau ocean level 17 das versucht lumpy den kerl da die manieren beizubringen und so die rechte diesmal unten ist es egal wo es nie wo sind die truhe auch da ich sollte vielleicht mal klicken ja da klingelt sich um die linke flanke mit seinem primär mit seinem zeug welcher schwierigkeit ist das jetzt schwer hat ja man auch die schweren war das erste level das saßen vergessen ja ich habe letztens ein anderes spiel gespielt hat man demnächst auch bei uns auf höhe sieht war mich auch wenn wir sind da habe ich auf mittlere schwierigkeitsgrad gespielt und da war richtig hart nimmst du die mit dem ist rechts na ja das wollte ich nicht machen so ort noch immer drei punkte ich hätte noch zur verfügung gibt ja auch moment weiter so der ist hinten hoch hat irgendwer jetzt noch von euch punkte oder nein wenn wir alles schon gegeben alles hast du schon toll mir fehlt jetzt ein punkt damit ich eine barrikade bauen kann jetzt vorher gebaut dann wäre das aber nicht so ein langes stromfeld hier gewesen naja da schaffe ich schon ready wait stars in seconds ja damit ich wenigstens auch was putz 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 oh ich kriege hilfe warum wachsen die pilze du hast hier gepilzt ja natürlich irgendwie muss man noch ein bisschen die exquisiten pilz vergiss dich überall nur kurz lang zu laufen wegen dem geld einsammeln was ich war getroppt das weiß ich weiß ich weiß den linken paar waffen kann es dazwischendurch machen macht ja einfach mal eine kiste auf das recht frech ja ich möchte andere kiste mir doch egal ich kann nicht öffnen ich habe noch viel übrig 51 brauchst du doch nur gerne denn nur alles ist voller absten lecker na wenn ihr mir das anbietet nämlich alles guck mal das wolken mcfly fly fly genau wie im 1 breit bist breit ja bist ja vollkrat korrekt breit umfeld ist ja regeneriert regeneration guck mal vier sterne ich bin ein star holt mich hier raus oh lol ich bin über deine figuren hier geslidet wuuuuh ja das sieht cool aus guck mal das ist fluffy mcfly fly die wolke ach so ja die ist cool was macht die blitzer ja aber erst wenn ich die andere doriade benutze so ich bin jetzt mal so gemein und mache jetzt meine waffenfabrik hier für mich so viel spaß ich bin ready go 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 oh deine wolke kommt zu mir rüber geflogen das ist ja toll da geht die mir einfach fremd in der normalen form regnet es halt bloß und verlangsamt so gegner und in der bösen form wenn die triade in böse version übergeht macht es halt auch blitze aber der schaden ist trotzdem real trotz der damage ist real jo jo wenn du was läuft ey die wolke kaut einfach ab ne drecksau ja die wolke ist blöd rüber das ist ne drecksau die sagt immer dass es mega cool bei mir ist ja ja dann kommt die rüber wir machen ja richtig party ich merke schon so es ist oh gott ich merke schon so es ist ein kleiner frechtax hier die wolke ihr habt ja alle so ganz viel zeug gebaut ich hab hier 3 das ist ein bisschen blöd ich hab sogar ein wassertropfen gucke mal hier sogar ein wassertropfen guck ich hab noch 5 übrig hier guck mal dark chris geschenkt oder sicher länge ich also bei disco ein bisschen aber im spiel eigentlich nicht ne spüren merke ich jetzt auch nix direkt der im spiel kraterisch bin ich wir kommen in coming 6 bei dir bloody es wird richtig anstrengend für dich ja ich hab'n in coming ja da kommt ein boss bei dir dann ist es halt so ich stelle mich jetzt immerhin an den crystal hat er jetzt nicht gesagt ich brauche hier so ein bisschen mit wupp 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 vergesst nicht auf der rechten lane was soll da sein deine gegner kommen auch 50 jahren alles safe ich meine die wolke rasiert ja auch schon ein bisschen ne mein feuer rasiert du hast ein boss in coming den kann ich da theoretisch auch hey wolke hier geblieben na die rechnet jetzt bei mir jetzt das ist ein kleiner frechtax oh schau mal durch den boss Atomluncher meine sterne ich brauche sterne soll ich vielleicht helfen oh nö geht schon laser guck mal der boss ist schon down ja laser mega def laser meine wolke ist frech ich bin durch richtig frech die wolke haut einfach ab oh da kommt noch was da greift einfach mal insekten an was ist los da waren sie weg ja ich muss schon sagen so mein äh mein wölkchen ist schon richtig brav ist wie viel schon so richtig schwierig ja ne naja auf jeden fall ist auch beeindruckt von dieser schwierig von dieser schwech wie nennt sich das wort schwierigkeit alles kommt auch die chess box auf los ja 17 gm 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 das war nämlich ein schwert das besser ist als mein das habe ich keinen ich habe auch keins ich habe nur schrottschwert und die dinge rauswerfen doch du kannst raus ne ich meine glaube ich dir die geben könnte ach äh ne glaub nicht äh warte mal aaa warte 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 hero crit damage naja i bims 1 ready 4 4 minuten haben jetzt eigentlich Aufnahme ja wir sind bei 23 32 tatsächlich oh cool ich habe ein besseres schwert ich habe es gerade geupgradet hier ist noch eine wahre Mauer ich habe sie mitbekommen mit neuter ok ich weiß auf jeden fall wie man ich weiß auf jeden fall wie man ich weiß auf jeden fall wie man upgraded das ist schon mal ganz gut aber ganz ehrlich dann nehme ich doch lieber ich habe ich nämlich bei diesem kalister weil habe ich bessere schuss sonst noch etwas was hier rumliegt ja die Leute gucken wir sitzen dann auf dem Wagen drauf naja na gut dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder genau bis dahin ciao tschüss 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 tschüss